Das Wochenendwetter Heiterbiss wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie noch dran geblieben sind, um sich über das aktuelle Wochenendwetter zu informieren. In der letzten Woche standen wir auf der Brücke Hafenstraße, Übergang zur Kongresshalle. Und heute wird es richtig, richtig knifflig. Aber erst mal zum Wochenendwetter. Bitte, liebe Fiene. Samstagmorgen gibt es vereinzelt Nebel. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Gegen Abend gibt es von Westen dichte Wolken. Und in der Nacht regnet es. Die Temperatur steigt bis 12 Grad. Am Sonntag halten sich viele Wolken und die Sonne ist kaum zu sehen. Es gibt einige Regenschauer und zum Abend hin weht ein kräftiger Wind aus Südwest. Es kann bis zu 11 Grad warm werden. So, liebe Zuschauer, das sind ja nicht so rosige Aussichten für das Wochenende. Also heißt es, bleiben Sie wieder mal drinnen. Lassen Sie es sich gut gehen oder erholen Sie sich von der fehlenden Stunde. Denn am Sonntag wird die Uhr von 2 auf 3 vorgestellt. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr, für Sie vor Ort erreichbar. Bis zum 1. Musik Bis zum nächsten Mal.